Liebe Studierende, liebe Lehrende, wie Sie wissen, wurde das Rechenzentrum unserer Universität Anfang vergangener Woche durch eine Cyberattacke angegriffen. Die Rektorin der Universität, Barbara Albert, hat hierüber bereits in einer Videobotschaft berichtet. Ich wende mich heute am zehnten Tag nach dem Angriff an Sie alle, um Sie über die aktuellen Entwicklungen im Bereich Studium und Lehre zu informieren. Seit Beginn des Hackerangriffs tagen regelmäßig die unterschiedlichsten Gremien zur Bewältigung der Krise. Am vergangenen Montag habe ich die Studiendekaninnen aller Fakultäten, die an der Lehre beteiligten zentralen Einrichtungen, wie beispielsweise die Leitungen von Bibliothek und Akademischem Beratungszentrum, das Einschreibe- und Prüfungswesen sowie die Vorsitzenden des AStA zu einer Dringlichkeitssitzung gebeten. Allen Beteiligten und insbesondere der studentischen Vertretung danke ich sehr für ihr konstruktives Engagement. So sammeln wir weiterhin alle Fragen, die Studium und Lehre betreffen und werden diese sukzessive im Rahmen der FAQ auf unserer Not-Homepage uni-duo.org beantworten. Die vielleicht für Sie dringlichsten Zwischenergebnisse möchte ich Ihnen im Folgenden mitteilen. Zuallererst, Ihre bereits absolvierten Prüfungen und Noten sind gesichert. Die Wiederherstellung der digitalen Information mag noch ein wenig Zeit benötigen, aber Ihre erbrachten Leistungen sind keineswegs verloren. Zweitens, mit sofortiger Wirkung wird die Verlängerung der Abgabefrist von Abschluss- und Seminararbeiten von bislang zwei auf nur mehr vier Wochen ausgeweitet. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter Updates Studierende. Auf die für die Anfertigung von Abschluss- und Seminararbeiten benötigte Literatur kann bereits jetzt über den Präsenzbestand der Bibliothek zugegriffen werden. Wir hoffen, dass innerhalb der gerade erwähnten Verlängerungsfrist auch wieder ein Zugriff auf elektronische Zeitschriften erfolgen kann. Der Asta hat nochmals ausdrücklich auf die Problematik etwaig gelöschter digitaler ÖPNV-Tickets hingewiesen. Einen entsprechenden Workaround finden Sie bereits jetzt ebenfalls auf unserer Homepage unter Updates Studierende. Darüber hinaus stehen wir in Kontakt mit dem VRR und arbeiten an einer grundlegenden Lösung des Problems. Ein weiterer Punkt, der alle Masterstudierenden des Lehramts mit Blick auf die Anmeldung zum Praxissemester betrifft. Das Zentrum für Lehrkräftebildung hat gestern in einer Sondersitzung mit dem Schulministerium, der Bezirksregierung und dem ZFSL unserer Ausbildungsregion verschiedene Möglichkeiten entwickelt, wie die Zuweisungsbescheide technisch an Sie übermittelt werden können. Der genaue Verfahrensablauf wird Ihnen Anfang nächster Woche ebenfalls über unsere Homepage mitgeteilt. Die Kurzfassung vorab lautet im Ergebnis, das Praxissemester 2023 wird für Sie wie geplant durchgeführt werden können. Wie geplant durchgeführt, das gibt mir das Stichwort für meinen letzten Punkt, den ich heute ansprechen möchte. Den Umständen entsprechend gut, so ließe es sich auch formulieren, werden bereits jetzt Lehrveranstaltungen durchgeführt. Über das Intranet der Universität kann auf die für unsere Lehre so wichtige Lernplattform Moodle zurückgegriffen werden. Ich komme zum Schluss. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, alles ist gut. Da gibt es nichts schönzureden. Wir alle sind Ziel eines hochprofessionellen kriminellen Angriffs geworden. Aber wenn wir in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten doch eines gelernt haben, dann so etwas wie Krisenbewältigung. Sei es Corona, sei es der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Energiekrise oder eben auch jetzt der Cyberangriff. Wenn ich sehe, wie schnell und wie diszipliniert alle Beteiligten, Studierende wie Lehrende, wild entschlossen waren, den regulären Lehrbetrieb fortzuführen, dann macht mir das Mut und es beeindruckt mich gleichermaßen. Für dieses Engagement bedanke ich mich bei Ihnen allen herzlich. Bleiben wir zuversichtlich, wir haben Anlass dazu. Vielen Dank.